Hallo Freunde und herzlich Willkommen zurück zu City Skylines Und ich seh grad, bei uns brennt der Wald. Wo ist unsere Feuerwehr? Ja, da ist schon die Feuerwehr unterwegs. Ich weiß gar nicht, woher kommt denn die eigentlich? Haben wir hier draußen über... Ne, ja, wir haben hier ne Feuerwehr stehen Mehrmals sogar. Also bedeutet, es ist nicht so unbedingt, dass das... Okay, vielleicht ist es doch Weltuntergang, weil erstens irgendwie zu wenig Feuerwehr da ist Das Gebiet braucht eine eigene Feuerwehrstation, bin ich jetzt der Meinung Muss ja nicht groß sein, aber sie sollte wenigstens vorhanden sein, weil hier fackeln schon wieder zwei Felder ab Und wie schaut die Produktion hier vor Ort aus? RK 11.000 aktuell, wir produzieren 160 Tonnen Holz Und verarbeiten davon 100... Ja 120 121 Und am besten machen wir es natürlich im Schnitzholz Papier bringt sich gar nicht so viel, obwohl da verkaufen wir auch nicht so viele Tonnen Ah, wir haben auch einen ordentlichen Profit, das ist doch schon mal was Gutes Leute, ich hab euch grad extra ne eigene Feuerwehrstation gemacht Und die denkt sich nix mal dabei, dass hier eventuell vor Ort was brennt? Jetzt ist irgendwas eingestürzt Jetzt muss mein Notfallpersonal kommen Andere Frage, wo hab ich das in Beziehung? Ah, da ist das Da wird jetzt sicherlich entweder ein Fahrzeug losdüsen Oder, äh, Fahrzeug Sind die leer? Die sind leer Aber die kann ich verkaufen Perfekt Die sind nämlich mir wie im Weg Irgendwas wollte ich damit machen, ich weiß nicht, was ist das so Aber sie waren im Weg Alter, die haben hier sogar noch die ganzen... Alter, was hab ich hier gemacht? Okay, wieder zurück zum Projekt Wir brauchen Platz für zwei Flughäfen hier vor Ort Die dann per U-Bahn auch angebunden werden können Bedeutet, wir tun hier einfach das komplette Stück aussägen Aber jetzt erstes vielleicht mal anschauen wegen dem Hafen Bevor ich hier was zubau Frachthafen Also hier hat er auf jeden Fall einen Anschluss Aber ich würde ihn einfach hier hinhucken Dann kann er angeschlossen werden Hier oben kommt Die Bahn oder irgendwo hin Aber es funktioniert auf jeden Fall Bedeutet Bauen Baut die Shit out of here Jetzt können wir eh dann hier von der Begradigung Weil wir müssen wahrscheinlich hier ein bisschen was wegnehmen einfach Aber wir müssen hier mit dem Meer relativ gleich ziehen Bedeutet, hier gibt es wahrscheinlich irgendwo die Gelände einebenen Erstens auf volle Wäsche groß und ab geht's Das wird vor allem schweineteuer, das Projekt, denke ich mal, oder? Ja Nicht genügend Erde Dann ebnen wir währenddessen hier einfach auch ein bisschen was weg Geht mir einfach den Shit out of here So, zu viel Erde? So Unser Flughafen braucht Platz Und den kriegt er auch Das wird hier so eine richtig schöne Hafenpromenade fast schon Ich muss jetzt einfach hier so viel wegediten, wie es nur geht Jetzt ist Erde wieder weg Ich glaube, dann tun wir einfach hier das Gerade machen Dann kommt hier nicht der Der, äh Das Zugplateau hin Bedeutet einfach hier alles einfach gerade Scheiß drauf So Irgendwo her muss die Erde kommen Und dafür müssen Opfer gebracht werden So Nochmal einen Schritt raus Zack So Ich treue jetzt einfach hier so ein bisschen alles glätten, den Berg ein bisschen abziehen. Aber es ist ja eh nur unser Industriegebiet sozusagen. Alter, das Wasser, das kommt gar nicht drauf klar, dass ich da rumbaue. Wir tun jetzt mal hier das Äußere so gerade machen. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen weiter raus. Also ich glaube, von der Breite her passt es gut. Aber wir müssen noch ein bisschen weiter raus. Tun wir hier noch das Ganze ein bisschen anäden, weil hier muss ja das alles, wird ja gleich alles relativ tunnellastig. Vielleicht sollten wir das doch auf dieselbe Ebene auch bringen. Vielleicht gar nicht doof, dass wir das hier auf dieselbe Ebene bringen. Dann können hier die Straßen gleich gezogen werden. So. Dann tun wir da auch die Wand wieder ein bisschen vergradigen. So. Das ist natürlich super. Jetzt sehe ich wieder nichts. Wenn mir jemand weiß, ob man die Nacht irgendwie so ausschalten kann. Oder halt so pausieren. Ich hätte auch pausieren können den ganzen Tag. Aber es soll sich ja so ein bisschen weiterentwickeln alles. So. Hier oben kommt dann Zug hin oder so. Oder man ebnet das nach der... Ich ebne das weiter an. Da oben soll kein Zug mehr hinkommen. Das soll alles hier unten sein. Und ich ziehe das jetzt hier durch. Ich mache jetzt hier die komplette Fläche, die ich hier bis zur Ecke habe. Einfach eiskalt zu meinem Gelände für den Flughafen. Da kann mich auch keiner aufhalten. Weil es die perfekte Abgrenzung eiskalt ist. So. Mal ein bisschen mehr hier abziehen. So. Okay. Ja. Ich glaube, Fläche sollte fürs Erste genug da sein. Wart, gehen wir mal auf den Flughafen. Okay. Vielleicht sollten wir es noch ein bisschen breiter machen. Also von der Länge her auf jeden Fall reichend. Aber der Plan ist ja sozusagen... Wie weit ist denn das Teil? Dass sozusagen eine Straße drum geht. Also ich würde es vielleicht noch ein bisschen breiter machen. Nicht genügend Erde. Ja, da können wir doch hier unten noch ein bisschen Platz machen. Da freut sich nachher die freie Hand drüber, wenn sie genug Arbeitsplatz hat. Dann können wir hier unten auch gleich Feuerwehren und alles platzieren. Ja, relativ gerade würde ich sagen. Können die noch ein Teil kaufen? Könnte ich hier direkt draußen noch einen Hafen dran bauen dann. Neue Gebäude? Ja, der Passagierflughafen kommt ja auch hier hin. So. Dann nämlich tun wir 4-Lane Oder packen wir dann so eine Easy-Way-Fall Gibt's ja nicht einfach... Also es gibt eine 6-Lane in eine Richtung. Aber es gibt keine 4-Lane in eine Richtung irgendwie. Vierspurige Eisenbahnstrecke oder so. Habt ihr nicht für mich? Mann. An dem halt eine 6-Spurige ist auch auch wurscht. Ich hab bloß keinen Plan, ob das breit genug ist. Das ist jetzt halt eher wahrscheinlich das heraus... Ausprobieren. Nice. So. Das war jetzt der Passagierflughafen. Das muss da drüben, auf dieselbe Höhe, der Flughafen hier. Schauen wir mal, wie weit ich da Platz hab. Okay. Sollte ja ungefähr klappen. Warte mal. Ich setz' jetzt einfach mal... Ich setz' jetzt einfach mal... Pi mal Daumen. Und hoff', dass das funktioniert. Frachtflughafen. 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 Da ist aber mehr Platz drin. Hier, ne? Nein, 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 nein. Ich setz' jetzt einfach mal weg. Ich setz' jetzt einfach eine Reihe weg. Und jetzt noch mal. So. Und jetzt noch mal Flughafen. Ja, das schaut schon besser aus. Ist die Folge, ist der gleich oder nicht gleich? So ungefähr. Dann wird das Ganze hier noch in eine Kurve verwandelt. Okay. Wir haben den Platz. Aber das war die falsche. Wie bald ist denn das? Drei. Wir brauchen zweieinhalb so circa. Ich glaub', die Kurve habe ich komplett vermasselt, oder? Ja, passt schon. Okay, die ist vielleicht ein bisschen vermasselt dann mal. Ja, schon besser. Oh Gott, das schaut grausam aus. Das passt mir grad so absolut nicht in die Huse, wenn das nicht so ganz perfekt ist. So. Schaut besser aus. Ja, schaut doch mal hin. Der Mittelpunkt ist nicht in der Mitte. Okay, noch einmal. Auf Anfang. So. Wo ist die Mitte bei euch bei mir? Dann geh' ich da jetzt einfach so zweieinhalb nach vorne. Das darf doch eigentlich nicht so schwer sein, oder? Hier so. So und so. Ja, funktioniert doch. So, Wasser muss natürlich auch noch zu den beiden jeweils hin. Das läuft per zweit separaten. Teil. So. So. Der Frachthafen. Frachthafen. Ich sag nicht, dass das zu hoch ist. Oh Gott. Naja. Kann ich die Straße dahinter verändern? Also darf ich die bearbeiten? So One-Way-mäßig? Nee, darf ich nicht. Schade. Hätte ich nicht gerne gemacht. Äh. Jetzt muss ich überlegen, wie wir das mit den Schienen machen. Weil das teilt sich so circa auf und soll dann wieder zusammenkommen. So rüber, rum. Gott, das ist gerade kompliziert im Kopf. Mein Kopf platzt gleich und ich seh immer noch nichts, weil ich die Zeit angehalten hab. Kacke. Ja, dann ist klar, dass ich nichts seh. Ich seh nichts bei Nacht. Ich schau noch mal. Mich interessiert einfach gerade. Wie geht's dem? Oh, das schaut brillant aus. Gewachsen? Perfekt. Ah, das, 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 das. Aber die Industrie braucht jetzt hier unbedingt einen Anschluss. Und ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie ich das mach. Ich find das mit der Einbahn praktisch, weil dann kann sie sich nicht so staunen. Wir werden hier eine Überführung machen zur U-Bahn. Die dann straight da vorne anschließen soll. Das soll wirklich einmal eine One-Way oder sowas sein. Oder man macht das auch bei Zugverbindung. Hm. Kann es Tag werden, bitte? Dankeschön. Wir machen das jetzt hier ein bisschen heute länger, weil wir werden das heute hier zusammen fertig bauen. So, jetzt ist es Tag. Jetzt passt es mir vom Wetter so. Dann bleiben wir halt bei der Sixth Lane fürs Erste. Zugmäßig muss der irgendwo hier vorne hin. Dann wendet das Ganze hier. Und zieht dann hier vorne vorbei. Um dort wieder zurückzukehren. Und meiner Meinung nach auch nur ein One-Way-System. So. Meine Maus spinnt schon wieder. Jetzt geht sie wieder. Okay. Äh, der Zug. Train, train, train. Aber muss ich dann nicht das hier verringern auf eine Four-Lane? Rein theoretisch. So, rein logisch müsste das jetzt zu einer Four-Lane werden. Wenn ich die Möglichkeit hätte, das zu einer Four-Lane... Ach, dann machen wir es halt zu einer... Doch, da ist eine Four-Lane, oder? Four-Lane One-Way. Holy shit, ist die dünn. Da drüben kommt jetzt der Zug hin. Transport-Train. Ach komm, da muss doch irgendein Wind passen. Das ist dem Zug-Kurve ja scheiße. Dann machen wir das hier alles mal gerade. Wenn ich das hier gerade mache, ist das für dich so passend, Herr Penibelchen? Nein, geht nicht. Dann nochmal da drüben, das Stück ablassen. Einmal für Penibelchen. Ein Durchstück ist zu Stück gerade. Und bin dann ein Song. Und dahin kommt dann der Zug. So, dankeschön. Der Zug verbindet sich dann per Unterirdisch damit. Und damit hier dann auch kein Blödsinn aufkommt... geht der hier One-Way rein. Und hinten... Da muss ein Mehrfachanschluss sein, ansonsten meckert das Teil nicht dauernd jetzt weiter rum. Anschluss zurück. Zug geht hier hin. Die Frage ist, wie machen wir für die Verbindung hier? Lassen wir die oben drüber gehen. Und die unten rein. Und dann verbinden die sich... Die andere Frage ist, wie machen wir das? Machen wir dafür hier einen extra Abzug noch? Nochmal also sozusagen hier eine Abfahrt, die woanders hingeht? Oder bauen wir wieder die um, was wieder in Heil- und Schweine-Arbeit ist? Aber kümmern wir uns erstmal darum, dass es hier unten fertig ist. Das bedeutet... Ich würde das hier einfach mal gerade durchziehen. Bedeutet, hier muss rein theoretisch... Warum sind wir tiefer? Das geht ja gar nicht. Uncool. So, und anschließend. Dann müssen wir das Ganze einmal inbrennen. So. Warum geht das unterirdisch? Es soll nicht ein unterirdisch sein. Mein Gott. Warum? Warum hat sich hier die Straße... Wir haben gesagt, nö, wir gehen tiefer. Wir sind unter Wasser nur nachher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Straße... Hier so rüber. Die Straße schließt hier so an. Dann hätten wir das System ja grundsätzlich mal fertig. Dann muss noch alles unter Wasser... Unter Wasser? Ja, genau. Eine unterirdische Wasserleitung bekommen. Und auch Strom. Die Frage ist, ob wir denen nicht einfach... Dass nichts ausfallen kann. Jeder von denen kriegt jetzt einfach ein Windrad. Und die kriegen einfach jetzt zwei in die Mitte. So. Dann wäre das alles verbunden und alles sozusagen in sich geschlossen, das System. Jetzt ist nur die Frage, wie wir es anschließen. Als erstes wäre es natürlich schlau, wenn wir das irgendwie auf die Höhe kriegen, dass das sozusagen einmal hier oben landet. Genauso wie das einmal hier oben landet. Und das hat es irgendwie anders geschafft. Können wir das für die bitte auch machen? Und so sagt sie auch. Ihr seid so ein typisches... Es soll wenigstens einigermaßen gleich ausschauen, ihr High-Up-Heiß. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Geht wenigstens einmal kurz unterirdisch. Dann fühlen die sich gleichberechtigt. So, dankeschön. Und jetzt würde ich sagen, schließen wir das fürs Erste einfach... Also fürs Erste, damit wir das mal testen können, an eine Industriestraße an die Wänden anschließt. Es wird wahrscheinlich ein riesiger Stau fürs Erste geben, aber sobald wir mal sehen, dass es funktioniert, wäre das ja schon mal was. Jetzt haben wir da auch eine fliegende Straße gebaut. Oh! Andere Frage, welche geht jetzt in welche Richtung? So. So. Äh, und einmal... Ich will die unten auch bitte umdrehen. So, dankeschön. Und dann einmal aufteilen. Von hier nach hier. Von hier nach hier. So. Und dann mal starten. Ich mag nur wissen, ob es funktioniert. Ah, scheiße. Der Wasseranschluss ist ja noch nicht mehr weitergegangen. Und der schließt sich einfach da so an. Wasser da? Fragezeichen? Wasser ist... Nicht genügend Wasser... Wie kommt hier denn... Ah, Wasserverfügbarkeit ist echt niedrig. Dann tun wir vor Ort noch hier so ein bisschen Wasser abzapfen. Wir sind ja hier in einem Industriegebiet. Das ist ja wurscht. Das ist eins, das nicht unbedingt absackt, glaube ich, wenn der Strom weg ist, oder? Nee. Strom da. Wasser auch da, oder? Er sagt mir nicht, nein. Fände ich uncool. Da ist schon... Warum ist da das Wasser angekommen? Ah, jetzt ist bei der anderen auch Wasser angekommen. Und so rein logisch... Hätte ich die Zugverbindung noch machen müssen. Ach, Mann, oh. Aber Leute, ich würde sagen, wir sind jetzt fast schon bei... Wir sind bei über 20 Minuten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr ja lasst, unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen.